Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Heute beginnt ja auf Schalke die Trainingswoche mit der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen unsere Freunde aus Nürnberg und drumherum gibt es natürlich wie immer auf Schalke sehr viele Themen zu besprechen. Wir blicken heute nochmal auf die Aussagen von Marc Wilmots, Paul Seguin und Thomas Kallers nach dem 1 zu 1 gegen Hannover, denn die haben auch nochmal über den Druck im Abstiegskampf gesprochen und zudem gab es von Marc Wilmots ein Lob für Karel Gerrerts. Ansonsten hat sich Norbert Elgat mal sehr deutlich zur Entscheidung gegen Matthias Schober geäußert und damit auch indirekt die Vereinsverantwortlichen ganz klar kritisiert. Es gibt zudem auch neue Gerüchte rund um Assan Uedraogo, möglicherweise will er Schalke gar nicht im Sommer verlassen, es könnte aber trotzdem zu einem Abgang kommen, weil Schalke möglicherweise auf die Transfereinnahmen angewiesen sein wird. Damit sind das also unsere heutigen Themen, wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit dem Blick nochmal kurz zurück auf den Sonntagmittag, auf das 1 zu 1 gegen Hannover 96, was natürlich im Vergleich zu den anderen Auswärtsspielen im Jahr 2024 eine Leistungssteigerung war, aber am Ende gab es eben nur einen Punkt. Marc Wilmots, unser Sportdirektor, war aber trotzdem nach dem Spiel zufrieden und hat gegenüber der Watz auch nochmal Karel Gerrerts ausdrücklich gelobt. Unser Auftritt war gut. Trainerteam und Staff hatten die Mannschaft super auf den Gegner vorbereitet. Natürlich haben wir uns im Spiel darüber geärgert, dass wir uns für die starke Woche nur mit einem Punkt belohnt haben. Wir werden die richtigen Schlüsse für die Partie gegen Nürnberg ziehen, konzentrieren Arbeit, weiterarbeiten, darauf liegt jetzt der Fokus. Uns wartet am Samstagabend ein auswärtsstarker Gegner, gegen den wir alle gemeinsam bereit sein müssen. Hat Marc Wilmots hier auf jeden Fall nochmal klar gemacht. Natürlich hat auch unsere Mannschaft generell Druck im Abstiegskampf und Thomas Kalasch hat sich gegenüber der Watz auch dazu nochmal geäußert. Natürlich ist es ein Problem, dass wir als Mannschaft uns in diese schwierige Lage gebracht haben, aber wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es kurz davor ist, sehr, sehr gefährlich für uns zu werden, dann liefern wir ab. Das spricht für ein aktuell sehr starkes Mindset. Wir müssen nun jedes Jahr verbleibenden sechs Spiele während Pokalfinale angehen. Dann hoffe ich, dass es am Ende weniger als sechs Endspiele sind. Gibt Thomas Kalasch hier auf jeden Fall schon mal die Marschroute vor für die nächsten Wochen. Und Paul Seguin, der natürlich gegen Hannover irgendwo auch so ein bisschen zum Unglücksrabe geworden ist, bedingt durch sein Eigentor, war auf jeden Fall unterm Strich mit dem Auftritt zufrieden. Mit unserer Leistung können wir zufrieden sein, mit dem Ergebnis nach dem Spielverlauf nicht so wirklich. Wir haben einen hohen Aufwand betrieben und ein anderes Gesicht gezeigt als in den vergangenen Auswärtsspielen. Und Seguin selber, der natürlich wie gesagt etwas unglücklich agiert hat, bedingt durch das Eigentor, sieht auch generell eine Verbesserung bei der Mannschaft. Wir waren besser in den Duellen und standen kompakter als in den vergangenen Auswärtsspielen. Wir haben schnöckelos gespielt, die Zweikämpfe gut angenommen, als Mannschaft gut verteidigt. Ich bin froh über unsere Leistung, nichtsdestotrotz ärgere ich mich, dass sie diese Punkte verpasst haben. Und überwältigt war Seguin auch über die Stimmung im Stadion, wie er nochmal gegenüber von schalke04.de sehr gut erklärt hat. Ich stand nach dem Abpfiff vor der Kurve neben Keke. Wir hatten beide eine Gänsehaut. Es ist überragend, was unsere Fans abreißen. Und genau diesen Support erhofft sich auch Seguin für das Heimspiel gegen Nürnberg, um ihm auch dann gemeinsam drei Punkte holen zu können. Und auch Marc Wilmots hat sich nochmal lobend über die Unterstützung geäußert. Die Fans sind unser großer Rückhalt, schon über die ganze Saison. Die Unterstützung ist wichtig. Sie hilft unseren Spielern dabei, über ihre Grenzen gehen zu können. Zu unserer Zeit waren die Fans schon zahlreich dabei, aber jetzt sind es noch mehr geworden. Und ähnlich sieht das auch Thomas Kalasch. Ich kann sie nicht genug loben. Das war eine unglaubliche Unterstützung. Das hat sich angefühlt, als würden wir in der Felddienst-Arena spielen. 10.000, 15.000 Fans fahren drei Stunden, um uns anzufeiern, trotz der schwierigen Situation. Unglaublich. Und ich denke immer, wir alle hoffen jetzt, dass wir gemeinsam, eben auch jetzt da unten rauskommen werden, gemeinsam jetzt auch die wichtigen Siege holen. Denn, wie auch alle richtig gesagt haben, der Punkt in Hannover, der war auf jeden Fall gut, dass man ein besseres Auswärts spielt als zuvor. Aber jetzt brauchen wir eben auch Siege. Einer, der natürlich auch ein Schalker durch und durch ist, ist Norbert Elgert. Und damit blicken wir jetzt auch mal auf unseren Jugendbereich. Denn diesbezüglich hat sich Norbert Elgert nun auch über den Abgang von Matthias Schober geäußert. Denn Norbert Elgert ist ja bei uns schon seit vielen, vielen Jahren U19-Trainer. Matthias Schober war ja damit auch indirekt oder direkt sein Vorgesetzter als Boss der Knappenschmiede. Und Elgert sieht diese Entscheidung auf jeden Fall sehr kritisch. Ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden. Das weiß der Klub auch. Wir haben lange vertrauenswohlen und erfolgreich zusammengearbeitet. Das habe ich den Verantwortlichen auch so weitergegeben. Und damit ist natürlich auch von Elgert hier eine deutliche Kritik zu vernehmen an unsere Verantwortlichen, was die Entscheidung gegen Matthias Schober betrifft. Und trotzdem hat Elgert nicht an einen selbigen Rücktritt gedacht. Auf der anderen Seite gebietet meine Loyalität meinem Arbeitgeber, den Fans und den Verantwortlichen gegenüber direkt nach vorne zu schauen. Meine Aufgabe ist es jetzt, in den kommenden ein bis zwei Jahren, länger wird es auch wohl nicht mehr, alles zu geben, hat Elgert gegenüber der Watz auf jeden Fall seine Meinung ganz klar vertreten. Und über seine Zukunft generell hat er Folgendes gesagt. Und Norbert Elgert ist natürlich auch einer, der unseren Klub in- und auswendig kennt. Ich finde auch schon, dass er erst recht vielleicht auch dann mal eine Meinung vertreten darf oder auch erst recht diese nach außen teilen darf. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch durchaus kritisch, dass Norbert Elgert in der aktuellen Situation das so eben dann auch sagt. Denn er selber hat eben auch die Erfahrung, um zu wissen, wie solche Aussagen rund um Schalke wirken. Also welche Wirkung das auf eine gewisse Unruhe eben auch haben kann. Und da hätte ich mir schon von Norbert Elgert ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, weil er ja auch zuvor schon mal mit gewissen Aussagen so ein bisschen für Kritik gesorgt hat oder zumindest für eine gewisse Diskussion gesorgt hat rund um Karel Gerrerts und jetzt eben wieder rund um Matthias Schober bezüglich unseren Vereinsverantwortlichen, dass er mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden ist. Da hätte ich mir auf jeden Fall von Norbert Elgert ein bisschen mehr, wie gesagt, Fingerspitzengefühl gewünscht. Ich kann schon verstehen, dass er das vielleicht kritisch sieht, weil er natürlich auch mit Matthias Schober sehr eng vertraut war und sehr gut zusammengearbeitet hat. Aber er ist natürlich auch jetzt jemand, der unter Raphael Tonello angestellt ist und auch mit ihm schon bereits erste Gespräche geführt hat. Auch das hat er gegenüber der Watz verraten. Die Planungen haben sich nicht geändert. Das hätte ich auch nicht mitgemacht. Ich hatte mit Raphael Tonello schon zwei sehr gute Gespräche. Von daher kann es auch nicht anders sein. Wir waren schon sehr weit in der Planung und deswegen sind es nur noch Nuancen, die sich bewegen. Natürlich ist auch klar, dass die Kader für U23, U19, U17 schon bereits in Planung sind für die kommende Saison. Daran ändert es natürlich jetzt auch nicht, dass wir einen neuen Nachwuchs-Boss haben mit Raphael Tonello und diesbezüglich auch Norbert Elgert natürlich auch schon sehr weit ist, was die U19 anbelangt. Also es ist auf jeden Fall eine Geschichte mit Matthias Schober, die weiterhin für Diskussionen sorgt. Norbert Elgert hat seine Meinung klar vertreten. Wie gesagt, das kann man sicherlich auch durchaus verstehen, dass er das so deutlich macht. Der Zeitpunkt ist aber in der aktuellen Situation, finde ich, alles andere als günstig, nochmal mehr Unruhe hier reinzubringen. Unruhe gab es ja auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder, bedingt durch Transfergerüchte rund um Assan, Uedraogo, vor allem Sky, hat er diesbezüglich durch Florian Plettenberg sehr, sehr gerne darüber berichtet. Und nun gibt es mal wieder ein neues Update von Sky, aber auch von der WAZ, das wirklich unglaublich interessant ist und die ganze Geschichte rund um Assan, Uedraogo nochmal in ein etwas anderes Licht rückt. Denn wir alle wissen ja, Uedraogo ist unser Top-Talent, der im Sommer Schalke verlassen kann aufgrund einer Ausstiegsklausel. Und diese soll ja irgendwo zwischen 7, 10, 15 Millionen Euro liegen. Denn realistischerweise, und da sind sich ja alle einig, geht es aber wohl eher um eine Summe von ca. 7 Millionen. Und es gibt ja auch schon das Interesse von vielen Bundesligisten, die Uedraogo im Sommer gerne holen würden. Und für Schalke selber wäre es natürlich auch rein finanziell gesehen ein Wechsel, der im besten Fall auch dann Ben Manga dafür helfen kann, einen neuen Kader komplett auf die Beine stellen zu können. Aber wie die WAZ nun berichtet, hört man aus Klubkreisen, dass sich Uedraogo sogar vorstellen kann, noch mindestens ein weiteres Jahr für Schalke zu spielen, wenn der Klassenhalt gelingt. Klar, wenn wir absteigen, dann wird Uedraogo logischerweise auch nicht mitgehen in die 3. Liga. Aber sollten wir in der 2. Bundesliga bleiben, dann ist ein Verbleib aus seiner persönlichen Sicht durchaus vorstellbar. Denn die WAZ schreibt, dass er einfach den Verein liebt, das Trikot schon an Kindheitstagen trägt. Aktuell ist er ja auch noch in der Schule, macht am Bergerfeld sein Abitur. Auch deswegen war für ihn ein Winterwechsel überhaupt kein Thema. Und er ist eben auch mit seiner Heimatstadt, mit Mülheim, sehr verbunden. Zudem fühlt er sich laut der WAZ auch im Kreis seiner Freunde und Familie so wohl, dass aktuell für ihn Geld eher zweitrangig ist. Und deswegen weiß eben auch Uedraogo, rein sportlich kann es vielleicht sogar Sinn machen, bei Schalke zu bleiben, nachdem er eben jetzt in der aktuellen Saison noch gar nicht mal so viele Profispiele absolvieren konnte, bedingt durch die Verletzungen und es deswegen auch gut sein könnte, bei seinem Heimatklub erstmal den nächsten Schritt zu gehen. Bevor er eben auch schon jetzt vielleicht einen zu großen Schritt wählt, bei einem Bundesligisten vielleicht nur auf der Bank sitzt. Und deswegen scheint auch das ein Grund dafür zu sein, dass sich Uedraogo ein Verbleib bei Schalke vorstellen kann. Aber, und auch das betont die WAZ, er selber kennt natürlich auch Schalkes finanzielle Situation und weiß, dass er im Sommer vielleicht sogar verkauft werden muss, weil eben Schalke dieses Geld benötigt. Das heißt, es kann natürlich sein, dass diese Ausstiegsklausel von Frankfurt, Leipzig, Bayern gezogen wird und dann aber eben auch Uedraogo sagt, nein, ich will das nicht, ich bleibe bei Schalke. Das kann natürlich gut sein, auch wenn Schalke da nichts mitzureden hat und nicht entscheiden kann bedingt durch die Ausstiegsklausel. Aber es könnte eben auch sein, dass Uedraogo sagt, okay, ich würde schon bleiben, wenn Schalke mit mir plant, wenn Schalke damit einverstanden ist. Aber wenn natürlich der Klub selber sagt, mach schon mal jetzt den nächsten Schritt und wir brauchen das Geld, dann kann es eben auch gut sein und dass sich Uedraogo darauf einlassen wird. Stand jetzt gab es zwischen dem Klub und der Familie noch keine Gespräche über die Zukunft, laut der WAZ. Das soll wohl bald aber auch passieren und dann wird es wirklich interessant, welche Entscheidung getroffen wird. Also Uedraogo kann sich auf jeden Fall einen Verbleib vorstellen, denn das hat die Meldung von Sky gestern Abend auch nochmal bestätigt. Auch dort wurde nochmal berichtet, es ist auf jeden Fall so, dass es in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben soll, wohlmöglich im Mai und laut Sky hofft auch Schalke weiterhin darauf, dass er bleiben wird, weil er eben dem Klub auch selber noch nicht abgesagt hat. Allerdings ist die Konkurrenz sehr, sehr groß. Leipzig und Frankfurt machen sich weiter Hoffnungen auf einen Deal, vor allem die SGE hat wohl gute Chancen und auch der FC Bayern ist weiterhin im Poker mit dabei. Laut Sky hängt viel, aber sehr viel vom neuen Trainer ab. Wenn der beispielsweise sagt, dass der neue Trainer eben dann mit Uedraogo plant, dass es ihm Einheitschancen geben kann, dann könnte es auch so sein, dass die Bayern noch Chancen haben. Ansonsten wird dem deutschen Rekordmeister wohl eher abgesagt und auch aus dem Ausland gibt es Interesse. Newcastle ist weiter dran, auch die AS Rom, aber vor allem auch Atalanta Berger, wo ist wohl sehr konkret an Uedraogo interessiert. Und deswegen wird es auf jeden Fall interessant sein, inwiefern es hier bei Uedraogo eine Entscheidung geben wird. Das wird sicherlich auch erstmal dann nach der Saison passieren, logischerweise. Aber es ist eben auch irgendwo ein schwieriges Thema, weil, und da bin ich auch dabei, was viele von euch auch schon mal geschrieben hatten, es gibt natürlich schon auch sportliche Argumente für Uedraogo bei Schalke zu bleiben, weil er eben gerade mal zwei Handvoll Profispiele absolviert hat und erstmal einen Stammplatz braucht, um sich gut entwickeln zu können. Und deswegen natürlich auch ein Verbleib gar nicht mal so verkehrt wäre. Aber es ist eben auch so, dass es im modernen Fußball halt oftmals zu so sehr, sehr schnellen Wechseln kommt, wenn es dann im Sommer konkretes Interesse gibt aus der Bundesliga. Und deswegen ist mein Gefühl schon, dass wir hier eher über einen Abgang sprechen. Aber es gäbe ja noch das Modell, dass zum Beispiel Eintracht Frankfurt schon im Sommer bei Uedraogo zuschlagen wird. Wir bekommen sieben Millionen Euro beispielsweise, können dadurch den Kader etwas besser neu aufbauen und Uedraogo wird nochmal für ein Jahr an uns verliehen. Ich finde auch das Modell ist eines, was man durchaus besprechen kann und was auch durchaus interessant sein könnte und was gar nicht mal so unrealistisch erscheint, weil natürlich auch die Bundesligisten wissen, Uedraogo braucht regelmäßige Spielzeit, erst recht nach den Verletzungen in der aktuellen Saison. Es wird auf jeden Fall wirklich spannend. Mark Wilmots hat sich auch nochmal generell zu Uedraogo geäußert. Wir sind sehr zufrieden mit Assans Entwicklung. Er bringt viel Potenzial mit, hat eine tolle Ballannahme und Ballführung, ist auch zweikampfstark, das hat er vor seinem Tor gezeigt. Dass er noch nicht bei vollen Kräften ist, ist normal. Er war ganz lange verletzt, wir haben ihn über ein Spiel in der U23, ein Testspiel und den 1 gegen Karlsruhe langsam herangeführt. Und somit soll natürlich jetzt Uedraogo im Abstiegskampf zum Unterschiedsspieler werden und dann müssen wir ja mal gucken, ob er vielleicht auch Schalke dann gar nicht verlassen will. Ein kleines Thema haben wir nur noch zum Abschluss in diesem Video und da geht es um das Trainingslager im Sommer, denn dort geht es für Schalke erneut nach Österreich. Denn das hat Roland Rausch, Geschäftsführer der Ferien, in ihrem Nationalparcours Tauern mitgeteilt, dass eben die Kooperationsvereinbarung zwischen Schalke und dem Nationalparcours Tauern bis im Anschluss an das geplante Trainingslager im Sommer gilt. Also danach könnte es sein, dass Schalke diesbezüglich auch andere Wege gehen wird. Peter Knebeln als damaliger Sportforscher hat im letzten Sommer nochmal gesagt, dass die Bedingungen top sind, dass man gerne auch langfristig in Österreich, in Mitterseel bleiben wollen würde im Sommer. Das macht man ja bereits zum achten Mal eben dann in neun Jahren. Einmal ging es ja nicht bedingt durch Corona und dadurch ist natürlich auch deswegen Schalke gerne immer wieder in Mitterseel dabei und würde diesen Vertrag wohl auch verlängern. Es ist noch nicht ganz so klar, inwiefern die hohen Tauern damit einverstanden sind oder nicht, aber im Sommer wird es auf jeden Fall für unsere Mannschaft erneut nach Mitterseel gehen. Allerdings ist noch überhaupt nicht klar, wann das genau ist, weil eben natürlich auch die Zukunftsplanungen aktuell komplett ungewiss sind. Also man weiß nicht, ob man vielleicht noch in die Relegation muss oder nicht. Man weiß nicht, ob es überhaupt in der zweiten Liga weitergehen kann, ob es in die dritte Liga geht, ob es in die Insolvenz geht. Also es sind ja aktuell sehr viele Modelle vorstellbar und deswegen ist eben auch noch nicht genau klar, wann es nach Mitterseel geht. Wohlmöglich wieder irgendwann Anfang Juli, Anfang Juli, Mitte Juli ist sicherlich dann ein realistisches Szenario. Ist ja auch immer wieder eine Trainingslage, was bei uns Fans eine unglaubliche Beliebtheit hat und meistens mit bis zu 1000 Schalke-Fans ja auch dann mit dabei sind. Es gab ja mal im Jahr 2023 viele Beschwerden, auch der Anwohner bedingt durch zahlreiche Schalke-Sticker an Verkehrsschildern. Aber ansonsten ist das eine Kooperation, die unglaublich gut funktioniert. Und deswegen, wir brauchen auf jeden Fall dann nochmal schauen, ob es vielleicht auch dann über den Sommer hinaus einen neuen Vertrag geben wird. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den heutigen News in die Kommentare schreiben, aber auch gerne mal eure Meinung zur Community-Frage. Und da habe ich euch mal gefragt, ob ihr es denn für vorstellbar haltet, dass Uedaroko bei Schalke bleibt. Und wenn ja, durch welches Modell? Sagt er wirklich, er bleibt komplett bei Schalke und der Transfer wird sozusagen auf die nächsten Jahre verschoben? Oder haltet ihr auch das Modellverkauf schon jetzt, aber eine Rückleihe für ein mögliches? Schreibt auch dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! An alle Schalker!